Qualifizierter Service und professionelle Tools für Planer von Hilti. Das ist Uwe. Erfolgreich führt er ein Planungsbüro. Bei Themen wie Brandschutz oder Dynamik muss sich Uwe ständig auf dem neuesten Stand halten. Seine Mitarbeiter genauso, was Uwe viel Zeit kostet. Als auch noch ein internationales Projekt Dübelbemessungen nach örtlichen Vorschriften erfordert, merkt Uwe, so geht das nicht weiter. Er braucht einen zuverlässigen Partner, der ihn auf Augenhöhe berät. Doch wo findet er den einen? Bei Hilti. Deutschlandweit arbeiten über 100 Ingenieure von Hilti im Außendienst, im Planerbüro und auf der Baustelle. Ein erfahrener Hilti-Spezialist berät Uwe persönlich und betreut sein Planungsprojekt vom Entwurf bis zur Ausführung. Bei Bedarf unterstützt der Ingenieur sogar bei Berechnungen, Konstruktionszeichnungen oder bei der technischen Auslegung. Gemeinsam begutachten die Partner die Baustelle und führen Zugversuche durch. Wird es mal komplexer als gedacht, sorgt der Hilti-Fachmann schnell für eine unkomplizierte Lösung. Darauf kann sich Uwe verlassen. Außerdem informiert der Hilti-Ingenieur über neue Produkte und Lösungen. So ist Uwe stets auf dem neuesten Stand und muss nicht selbst nach Neuerungen suchen. Hilti bietet aber nicht nur die persönliche qualifizierte Beratung, sondern auch professionelle Planungssoftware. Egal ob Installationssysteme, Dübeltechnik oder CAD-Bibliotheken. Alle Tools erfüllen nationale und internationale Normen und sind immer up-to-date. Die Software-Schulung übernimmt Hilti. Direkt vor Ort und auf Uwes Bedarf zugeschnitten. Ebenso die Einweisung in Themen wie Seismik, Brandschutz oder Greenbuilding. Auch dieses Know-how bietet Hilti in-house. Und braucht Uwe mal Produktinformationen, aktuelle Zulassungen oder neue Vorschriften, findet er diese in technischen Handbüchern, regelmäßigen Planern-Newslettern und bei Hilti online. Endlich kann Uwe nachts ruhig schlafen. Dank Hilti wird die Planung sicherer und Montagefehler werden minimiert. Seine Projekte laufen deutlich effizienter, denn der Partner spart ihm dank persönlicher Betreuung enorm viel Zeit. So fühlt sich Uwe bei Hilti super aufgehoben. Er weiß auch schon, wen er bei seinen nächsten Projekten von Anfang an mit an Bord nimmt. Besuchen Sie uns online oder kontaktieren Sie Ihren persönlichen Hilti-Ingenieur.